Liebe Menschen im Lande, das Schöne an meinem YouTube-Kanal ist ja, dass es meiner ist, also dass ich der König bin, ja, sozusagen mein Sandkasten. Nun ist alleine spielen atens auf die Dauer langweilig und betens habe ich als aufgeklärter Monarch die Erfahrung gemacht, dass die Menschen es lieben, wenn sie ab und zu das Gefühl haben, auch mal bei was Wichtigen mitbestimmen zu dürfen. Ich habe deshalb entschieden, einen Teil meiner Macht in die Hände des Volkes zu legen. Eure Hände. Ja, ich weiß, das klingt absolut crazy, besonders hier in Bayern, aber hey, ist ja nur ein Sandkasten. Also heißt es wählen gehen und zwar 15 Werke der Weltliteratur, von denen ihr wollt, dass ich sie im nächsten Jahr, startend ab Oktober, auf jeden Fall verplaymobilisiere. Aus den wirklich tausenden von Vorschlägen, die ihr im letzten Jahr gepostet habt, habe ich eine Liste von 100 Titeln destilliert und ihr wählt jetzt 15 davon aus. Die Mathe-Nerds sagen jetzt wahrscheinlich, Moment mal, 15? Das Jahr hat doch 52 Wochen, wer bestimmt denn über die anderen? Darauf erwidere ich, ich bin hier der König, ich muss mich für überhaupt nichts rechtfertigen. Ne, aber jetzt mal im Ernst, also der Normalbürger ist ja schon im Coffee-to-go-Geschäft völlig von den 15 Geschmacksrichtungen, Low Carb, Soja, Chai, Latte überfordert, die es da gibt. Also gibt es bei mir nur ein bisschen Mitbestimmung und dann schauen wir mal weiter. Deswegen bitte wählen. Und zwar könnt ihr das unter folgender Adresse machen, die wird jetzt gerade hier eingeblendet und ist unten in der Videobeschreibung zu sehen. Und zwar zehn Tage lang bis zum 30.09. Nicht nur an einem Wahlsonntag. Aber apropos, es folgt jetzt ein politisches Statement. Neben dieser tollen und wichtigen und spannenden Wahl gibt es am Sonntag auch noch die langweilige Wahl zum Deutschen Bundestag. Bitte geht trotzdem hin. Auch wenn man dafür das Haus verlassen muss. Ja, man kann es sich heute kaum noch vorstellen. Aber, um die wunderbare anonyme Plakatkünstlerin Barbara zu zitieren, Wählen ist wie Zähneputzen. Macht man's nicht, wird's braun. Und das kann nun wirklich kein vernünftiger Mensch wollen. In diesem Sinne, I want you to vote. Vielen Dank.